Servus und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 auf der Obergräbbach. Ja, ich bin gerade dabei das Gewicht wieder anzukuppeln und dann müssen wir gleich die 7 und 8 ansehen mit einmal Weizen oder Gerste und einmal mit Weiß. Ja, das wird heute in der Folge passieren und ja dann das andere passiert eh während der Folge. Ah, jetzt wird das Gewicht abgekuppelt. Oder herfahren. Geizen oder Gerste. Ja, auf die 8 kommt jetzt. Gerste. Und auf die 7 meis. Ja, auf die 7 meis. So, jetzt brauchen wir noch eine zweite Sehmaschine für Meis. Einzel-Seh-Technik. Und auf die 7 meis. Dann brauchen wir noch eine zweite Neue. Und auf die 8 meis. Und seit die 8 meis. Ja, ich bin gerade und bei der 9 meis. Und die 5 meis. Und bei der 13 meis. Ich bin gerade, wenn ich hier auf die 8 meis. So, jetzt müssen wir uns das. Ich bin gerade auf die 9 meis. Dann fahren wir mit dem zum Händler. Den müssen wir noch einstellen und das doch. Und dann fahren wir mit dem Händler und die Seemaschine holen. So, dann geht es auf zum Händler und dann holen wir uns die Seemaschine. Und zahlt gut. Dann können wir uns losgehen. Oh. Wollt ihr jetzt nicht? Wenn wir wieder zurücksetzen. Ah, jetzt ist er da wieder. Ja, dann fahren wir halt noch einmal. Dann geht es auf zum Händler wieder. Aber jetzt ohne Unfall. Und dann schauen wir weit. Ich hoffe, ich habe das letzte Video gefallen. Wenn ihr noch Mods habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Dann wieder. Ah, jetzt habe ich den. Was ist denn da? Ein Gewicht auf der Achse. Oh, jetzt ist das also ne? Ich habe kein Deutsch heute noch. Äh. Oh. Oh, das kann. Oh, das kann. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ilme Exmeter x3 A 1 2 1 2 Ich bin hier. Was ist jetzt mit euch? Man, 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 imati alles muss man selber machen. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Ja, er macht ja nix. Machen wir mal und später Amol weg. Aber jetzt gehen wir mal aufs Amol. Machen wir mal. Hold on. Oh. Jetzt nochmal die zwei Pornen noch fertig und dann endlich wieder zu Ende. Okay. Ah, wieder zwei Mal. Hm. Und dann fertig. Wenn ihr Vorschläge habt, was wir als nächstes machen könnten, schreibt das gerne auch mal in die Kommentare. Das wird mir sein. Was? 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 Ja. Ja. Helfen. Und ja. So, ich will jetzt auch nicht bleiben. So meine Freunde, jetzt sind wir fertig und ich hoffe es hat euch gefallen und lasst gerne ein Like, da schreibt es, abonniert die Kommentare, das würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.